Erleben Sie Malerzauberer, Tapezierkünstler und Gardinenflüsterer und lassen Sie sich faszinieren von Planern, Gestaltern sowie Liebe zum Detailvirtuosen. Das alles und viel mehr macht die Raumfabrik aus, die auch Ihren Wohnungstraum mit Gesamtkonzepten von der detailreichen Planung bis zur Ausführung mit hochwertigen Materialien umsetzt. Dabei nutzen wir unter anderem die natürlichen Teppichböden von Trettfort. Höchste Arbeitsqualität ist für uns als Familienmeisterbetrieb ebenso selbstverständlich wie Kreativität in der Gestaltung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Stuttgart-Zuffenhausen. Fingerle Raumfabrik – Ihr Raumausstatter seit 1966.